Funk-Nachricht getrennte Familiensignale gefunden? Äh, wer ist das? Okay, ich höre nichts. Na gut. So, ich glaube, mehr gibt es tatsächlich nicht, oder? Das ist einfach nur so ein bisschen, um die Frequenz zu verstärken. Standard-Funk-Signal verloren. Ich sollte hier nicht ohne Waffe rumlaufen. Ist das da hinten das Bootshaus? Nee. Ach, nö. Ja, verdammt. Au. Und das Vieh ist auch noch hartnäckig. Oh. Dämmiges Vieh. Komm her. Ich nehm dich auseinander. Komm her. Au. Hä? Ja, guck schon. Jawoll. Der ist Skorpion. So, war es das? Offensichtlich. Ich glaube, die Skorpion sind noch mit die ätzendsten Viecher, die ich so in der freien Wildbahn habe, neben den Supermutanten. Och, nö. Schon wieder Supermutanten. Das darf noch nie wahr sein. Toll, das hat ja überhaupt nicht funktioniert. Wow. Ich weiß gar nicht, wo ich bin. Wow, was ist das denn? Legendäre Zeitlupe. Okay, Hundi ist da. Na gut, lassen wir die erstmal. Wir müssen echt mal... Wie können wir was gegen diese Supermutanten machen? Ich bin da echt nicht für gemacht. Definitiv nicht. Ich bin da echt, als wäre esτά. Okay, ich bin da echt. Ich bin da echt. Ich bin da. Ich bin da. Ich bin da. Oh verdammt, verschwindet, dämliche Viecher, oh verdammt, ich habe die Lebensanzeige außer acht gelassen. Vielleicht die besser. So, wo waren die denn jetzt? Achso, hier sind wir. Hund hat Gegner entdeckt, das hast du fein gemacht, Hund. Das wird eine fette Kotzbrocken. Au! Ach Mann ey, Hund hat etwas gefunden. Man darfst das auch behalten, Hund. Das klingt wie von so einer Lampe entdeckt worden. Das war's. So, wo sind die nächsten? Ich glaube, denen geht es nicht so gut. Ja, ganz bestimmt verwende ich dafür keinen Steampunk für den Hund. Lass wir hier ein bisschen die Sachen aufsammeln. Oder nicht die schönen Rohstoffe hier verschwenden. Was zum... Sind das Insekten? Dämmiges Vieh. Oh! Okay. wow weil hier werden Granaten gezündet oder irgendwelche anderen explosiven Sachen ich hab hier gar keine Munition mehr für toller Käse komm ich hier jetzt am besten runter hier zack und weg damit so ein paar von den Viechern haben wir hier noch so das war mal eine Kuh zerfängt ein Bootshaus ein Brami verdammt stirb endlich ähm kann ich hier da Kleidung, Hilfsmittel vielleicht kann man ein bisschen was zu mir nehmen Fleisch, Bufffood na komm nehmen wir das einmal hier so ein paar Jimpelze bis denn geht bis 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 soll die ich DON aus im von So eine andere Möglichkeit, die zu treffen, dass es denen auch mal weh tut? Sind die eklig. Was ist los? Ich bin gerade beschäftigt, Hund. Genau, Hund, geh mal drauf. So. Oh, das wollte ich zwar nicht, aber okay. So, das wäre es. Nehmen wir alle mit. Eigentlich wollte ich hier dran. Durchfälle, Sturmfeuerzeug. Übersee-Koffer, den können wir auch entsperren. Ich bin zu gierig. Oh, das gibt es noch nicht. So. Mit Mündungsbremse mächtige Impro-Pistole. Okay. Nehmen wir alles mit. Die machen wir weg. So, hier. Mary Sutton. Margarets Notiz. Eigentlich soll sie nicht angrabbeln. Müssen wir mal eben gucken. Margarets Notiz. Als allererstes, Sekunde. Kurz mal eben F5 drücken. So, jetzt. Wo haben wir das denn? Da, Margarets Notiz. Mama. Russell ist jetzt seit mehr als einem Tag weg. Und ich mache mir langsam Sorgen. Wir sollten es hier nicht gleich sagen. Aber wir haben ein altes Holoband aus der Vorkriegszeit in Bootschuppen gefunden. Anscheinend hat jemand Kamps im Abschluss am Rande des Kanals versteckt. Russell dachte, wir könnten sie vielleicht an einen der Händler verkaufen, um noch ein weiteres Brahmin anzuschaffen. Tut mir leid, dass wir es dir nicht gesagt haben. Es sollte eine Überraschung sein. Aber das ist schon das zweite dieser Insekten, das wir heute gesehen haben. Und ich glaube, da stimmt was nicht. Ich werde nach ihm suchen. Keine Sorge. Ich schaue nur kurz nach ihm und bin bald wieder zurück. Margie. Margie, wie auch immer. Ja, und ob diese gute Margie da hier wieder rausgekommen ist, das ist natürlich eine ganz andere Frage. Ich finde hier auf jeden Fall erstmal relativ viel Schrott. Eine Kochstation. Telefon, Vase, NetX, überliegen Schlafsäcke, Sieb, Kaffeekanne, hier sind noch ein paar Kaffeetassen drin, alles für schlechte Zeiten, einen alten Mob, Kartoffelchips, die auf dem Tresen stehen stehen. Rettungsring kann ich auch noch mitnehmen. Das ist ein Eimer. Werkstatt durchsuchen. Du kannst jetzt verfritteln von deinem Erfolg. Jawohl. Okay, wir könnten hier also auch wieder was bauen, genauso wie hier an den anderen Orten. Das kann ich nicht mitnehmen. Huh. Was haben wir hier noch? Gelbe Farbe. Schmortopf. Metallkiste, da ist aber nichts drin. Ist hier noch irgendetwas drin? Komme ich hier überhaupt rein? Oh, eine Schaufel ist da. Ich habe nicht gesehen. Da. Tür entsperren. So. Wie schön. Was ist das? Kampflinte? Kampflinte? Eine Kampflinte. Okay. Muss ich mir das mal anschauen. Schau mich hier nochmal eben zu Ende um. Was ist das hier? Kann ich das wegnehmen? Laserstrahlennetz entschärfen. Sicher ist sicher. Eine Kampflinte. Okay. Schaden 50. Schrot. Können wir mal mit unserer Schrotflinte vergleichen, die wir zu Hause haben. Wahrscheinlich ist die sogar besser. Okay, wie es ausschaut, sind wir dann jetzt tatsächlich fertig. Dann können wir nochmal wieder zurück nach... die Quests abgegeben haben. Die Quests abgegeben haben. County Crossing. Um von unserem Erfolg zu berichten. Oh, ich sehe, wir sind jetzt schon wieder fast ein Level ab. Wahrscheinlich steigen wir jetzt ein Level auf, wenn wir... ähm... die Quests abgegeben haben. Ich sprich mit Preston Garry. wie wir ihn einfach aus dem Tiefschlaf gerissen haben. Schön, mal ausnahmsweise ein paar gute Neuigkeiten zu hören. Übrigens, wir haben beschlossen, die Minutemen zu unterstützen. Wir müssen uns gegenseitig helfen, wenn sich die Lage verbessern soll. Sehr schön. Alles klar. Ähm... Was haben wir hier? Sind noch Mutterbeeren wieder? Ja. Scheint wirklich was zu werden. Können wir hier noch ein bisschen ernten. Ich muss jemanden darauf ansetzen. Ich muss jemanden darauf ansetzen. Das hatten wir ja schon mal. Nun gut. Was will denn der jetzt denn noch sagen, von wegen... Du musst hier hingehen. Achso. Die Werkstatt hier. Ja, ähm... Ja, aber ansonsten sind wir ja eigentlich hier fertig, oder? Wo ist Preston eigentlich jetzt? Ich sprich mit Preston Garry. Ja gut, der steht natürlich jetzt da hinten. Ja, wir können leider die Quests noch nicht abgeben. Weil, ähm... Ja, der gute Preston da hinten auf uns wartet. Dann gehen wir erstmal zurück nach Sanctuary. Aber wir haben zumindestens... äh, wieder eine... Ja, kleine Station für uns gesichert. Ich glaube, am nächsten Mal werde ich mir wirklich dann mal an diese... Äh... Sag schon... An die Festung ran machen. Auch wenn das für uns bedeutet, dass wir... Oh, sind das neue Leute? Hallo? Ach, das ist ein Militemen. Hä? 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 Hä, wie geht's dir? Alles Militemen. Oh ja, coole Waffen. Nicht schlecht, nicht schlecht. Können wir denn eigentlich auch die... Waffen geben, die wir finden, die wir aber nicht gebrauchen können. Das wäre natürlich schon nice. Nun gut. Ähm... Liebe Freunde... Da kommen wir auch rein. Dover Hund. Äh... Ich hab ja gesagt, wir machen heute eine etwas kürzere Aufnahmesession. Und... Äh... Äh... Tschüss. Ja, beim nächsten Mal schaue ich mal, ob wir vielleicht die Basis einmal angreifen. Da werde ich ja mal mit Sicherheit dann hier mit unserem Schnuckelchen hier einmal hingehen. In diesem Sinne... Äh... Uh... Ja. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Äh... Adios Amigos. Bis denn.